Los zusammen sind wir wieder. Was heißt wieder? Wieder Quatsch. NG Plus oder das neue Spiel NG Plus oder Plus oder Blimps oder was weiß ich. Ich habe gedacht, ich gehe mal neugucken. Wir nehmen alles mit, was wir so haben. Wir bleiben auf der Stufe. Ich bin ja in der Stufe 41. Im ersten Durchlauf war ich fertig. Und jetzt bin ich 45 und ich bin in Großgallion oder Großgallion. Und zwar hier in Les Invalides. Wie gesagt, ich habe viermal aufgestiegen. Ich habe schon 102.170 Anima. Also das kriege ich zugemült jetzt mit Anima. Die Werkzeuge und die besonderen Fähigkeiten haben wir nicht. Die müssen wir uns wieder erarbeiten. Gucken wir mal, dass man vielleicht mal sieht. Ich glaube, die einfache Gegner geben schon 2.800 irgendwas Anima. Ich loge mal den an. Naja, soweit kannst du nicht werfen. So, wie gesagt. Und schon ist alles gleich geblieben bisher in der Truhe und so sitzt überall liegt das Gleiche drin. Hä, was ist denn jetzt los? Aha. Da bist du aber auch ein One-Hit. Wow, 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 wow. Das hätte ich jetzt nicht gedenkt. Okay. Ich habe auch nie auf Leben geskillt. Das habe ich also ein bisschen vernachlässigt, muss ich ja sagen. Okay. 2.855 gibt es so ein einfacher Wichtel. Komm Bruna, bitte loslaufen. Ich habe Zeit jetzt. 3.000 gibt er. Ich bin halt durchgelaufen. Ich habe da gar keine Acht gehabt. Ganz am Anfang, nicht hier. Und dann habe ich gedacht, wie viel habe ich jetzt? 42.000, das mache ich falsch jetzt. Och, geht es ja egal. Hier geht es. Wow, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Spaziergang ist es nicht, ne? Was haben die jetzt geblieben? Das habe ich nicht gesehen. Wo ist denn der da? Ach, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ich muss nämlich aber die Säcke mit, alle. Die Wasserflasche haben wir schon abgegeben, gell? Ja. Ein bisschen Parier geübt und so. Walala, den kann ich mal geben. Warte mal, warte mal. Ich glaube, da bin ich noch nicht geworden, Heter. Der andere macht lieb. Der gibt 3.750. Der hat ja nichts in seiner Trommel drin. Bloß halt die wieder einsammeln, ne? Klar, oder? Die 102.000 oder was das waren. In etwa. So, warte mal. Ein Hund. Steinchen. Was kommt denn da jetzt? Wer ist denn das? Wo war denn der? Oh, die Hunde sind schon da. Wow. So. Mensch mal, wo war denn der gestorren, ne? Ja. Ich überzähle. Kannst aber, ja. Okay, geht's vor sich. Hier geht's nicht so, was nimmt der. Die sind unberechenbar da, die Alppflanzer oder was sie sind. Hopp hoch. So, da liegt der Zeug. 138.450. Machen wir erst mal das Türchen auf. Das Auto ist auch noch eine Tüte. Die Module haben wir behalten, alle, ne? Oh, fuck you, ne? Ah, der kriegt auch Schade. Gut. Ah ja, klar. Hab ich vergessen. Wie ist denn der Sack so? Scheiße. Ah. Ja, oder? Meikala. Ja. Warte mal, ich könnte mal ausprobieren, was die Waffen schade macht. Wow. So. Der wird ein bisschen schwieriger mit so einem Blitzdinger da. Und vor allen Dingen da ist es eng. Ah, was habe ich nicht gemacht? Du redest genug. Okay. 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 Das ist aber ganz schön heftig. So, ja. Wow. Das wird also dann doch schwieriger. Wenn wir dann später, ähm, weiterkommen, ne? In den Gebieten oder was weiß ich, wo wir da überall rumlatschen. Okay. Okay. Also 148. Hahaha. Da habe ich die Stufe 50 doch noch locker, oder? Ich gehe mal kurz an, äh, wie heißt das? Und die Westerlin, ne? Westerlin? Westerlin? Was? Scheißegal. Und das Ding da vorne? Westerlin ohne Ehe. Was brauche ich, ne? Nur 41 brauche ich. Kann ich dreimal aufsteigen, locker, ne? Ja. Ja, das wollte ich noch mal so kurz, so zwischendurch, so. 7, 8, 7, 8 Minuten, okay? Okay. Mach's hier bis denn, ne? Mach's hier bis denn, ne? Ja.